Angenommen, es gäbe jetzt Neuwahlen, würden Sie dann wieder mit Türkis koalieren wollen? Erstens einmal glaube ich, dass es so schnell keine Neuwahlen geben wird, weil die beiden Parteien, die sich zwar jetzt der Öffentlichkeitswirksam einigermaßen in den Haaren liegen, auch in den sogenannten Kernbereichen gar nicht so weit auseinander sind. Wenn ich es vielleicht erklären darf, ich habe schon vorher diese Asylproblematik angesprochen. Der Kogler weiß ja genau, dass der Nehammer nur ein Dampfplauderer ist, der da von einer harten Linie fabuliert. In Wahrheit tut er gar nichts. Er tut nichts dafür, um das Sozialsystem so umzugestalten, dass es nicht mehr als Anreizsystem wirkt. Der Kogler weiß genau, dass wenn Prominente vom Bundespräsidenten abwärts heute wieder intervenieren, dass irgendjemand von einer Abschiebeliste runterkommt, obwohl er außer Landes zu bringen wäre, dass das wieder funktioniert. Ich habe das damals abgestellt. Der Kogler weiß genau, dass die österreichische Volkspartei viele Maßnahmen, die ich in der Asylpolitik gesetzt habe, um den Asylstandort Österreich unattraktiv zu machen. Und das ist das, was es braucht. Dass er die rückgängig gemacht hat. Und der Kogler weiß auch ganz genau, dass die ÖVP niemals auf europäischer Ebene anecken wird, wenn es darum geht, zum Beispiel bestimmte Regelungen der Menschenrechtskonvention zu hinterfragen, die aus meiner Sicht die Falschen schützen. Warum soll ich jemanden nicht abschieben, nur weil in seinem eigenen Land für eine Straftat, die er bei uns begangen hat, eine härtere Strafe droht als bei uns? Da schütze ich die Falschen. Die Opfer sind meistens tot oder ihr Leben lang psychisch gezeichnet. Und wir denken darüber nach, wie wir den Täter schützen. Das wissen die Grünen. Also deswegen kann man da sehr entspannt sein. Und das zweite große Feld, das ist die Umweltpolitik, wo jetzt die ÖVP so tut, als würde sie die Grünen einbremsen wollen. Ja, da muss man aber auch eines wissen. Es ist die ÖVP gewesen mit ihren Umweltministern, die zum Beispiel diese Pariser Klimaziele mit den CO2-Reduktionen und alle diese Dinge vorangetrieben hat und unterschrieben hat. Und mit dem Zeug im Gepäck kommen sie dann nach Österreich. Und das ist dann das Vehikel dafür, dass man dann bei uns erneuerbare Energiegesetze macht, wo alles teurer wird, wo man den Wohlstand im Land gefährden, Arbeitsplätze gefährden, Autofahrerkanifeln und, und, und. Da ist die ÖVP überall mit dabei. Und deswegen können die eigentlich besser miteinander, als es vielleicht nach außen ausschaut. Also ich glaube nicht, dass es so schnell Neuwahlen geben wird. Also ich glaube nicht, dass es so schnell wie beim Böden nimmt, aber ich glaube nicht, dass es schlimmer wird. Und die Böden gibt dann wieder die ÖVP also.